hallo leute zu einem neuen kommentierten commentary von mir und es tut mir mal von herzen leid es tut mir wirklich 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 leid dass ich jetzt zwei wochen keine videos gebracht habe ich entschuldige mich bei allen meiner abonnenten allem abonnenten allen was laber ich eh wie wenn ich einen penis in dem mund hätte ja es ist schon 11 uhr oder so ich bin schon ein bisschen müde aber das muss ich jetzt einfach bringen der grund dafür ist ja schule ich nenne das schule nur ich habe zwei schularbeiten gehabt nimmt man klausuren an einem tag und das ist richtig richtig hart und das dann habe ich leider eine fünf also das ist bei euch in deutschland ist sechs auf der andere habe ich nicht drei also so mittelmäßig bei euch auf mit das ohne 3 sein weil es waren ja nicht gerade die beste ja das habe ich jetzt mal wirklich vom herzen gebracht und es tut mir wirklich leid dass ich das jetzt so lange aufstehen musste dass ich wieder ein video bringe aber ihr habt ja vielleicht schon gesehen dass am vormittag aber es laber nicht gestern abend ein video gekommen ist der trailer hier und ja ich hoffe der gefällt euch das war wirklich viel viel kraft steckt darin da habe ich drei vier tage wirklich daran gearbeitet dass das so aussieht wie es jetzt aussieht und jetzt zu dem thema die ich eigentlich heute ansprechen wollte ist als erstes das zweite thema oder wie es vielleicht aussehen wollte das erste thema das erste thema das neue serien ja ich habe mich umgestellt auf neue serien das heißt so viel wie ich habe jetzt die erste serie die ich jeden samstag bringen werde statt live und region also als die serie jetzt ich für das ist der welt um ich gegen die welt auf deutsch und ja was um oder wie kommt zustande die kommt zustande dass ich das erst mal nachgedacht habe in der schulzeit und ja jetzt ist perfektioniert würde ich sagen also ich spiele frei für alle auf irgendeinem spiel kann sowie im hintergrund seht counter-strike sein bis zu black ops 2 das ziel ist dass ich erster werde und ja das ist dann schon das schwierige an diesem spielmodus dass ich erster werde wenn ich erster werde habe ich die welt besiegt und im schluss wird stehen die welt hat verloren oder die welt hat gewonnen die kommentare in der ersten stelle folge entscheiden was ich auch nächstes mache was für ein spiel wenn gar keine kommentare mache werde ich das zwischen zufallsprinzip und lust machen wenn ihr euch jetzt denkt ja was bringt mir das warum will er das wieso brauchte ich das ich werde für euch etwas verlosen das heißt wenn ihr darauf man jedes dieser videos schaut bis am ende dieses jahres könnt ihr ein einem um game key gewinnen es ist aber schwierig um damit zu machen denn ich werde irgendwann mal würde sagen in den videos die einfach nicht reinpassen wie zum beispiel ich fickte opfer warum habe ich jetzt opfer gesagt obwohl das nicht meinen namen hat oder irgendetwas es wird einfach immer so wie ich esse schoko einfach abgehackte wird sein oder einfach wörter die nicht dazu passen werde ich da dann wie soll ich sagen ein baum und wenn da öfters wird sind also öfters drei mal die wörter ist es das lösungswort wenn immer das dann breit nachricht schickt am letzten tag des jahres 31 10 10 bei ist das an die die das nicht ist in silvesta könnten die werde ich dies verlosen aber zudem mache ich dann ein weiteres video ja um dann zu der zweiten serie die ist sehr 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 bekannt ist und damit eigentlich viele youtuber groß geworden sind ja das ist die let's play serie und ich werde damit anfangen mit simsidium und das werde ich jeden sonntag bringen wenn ihr euch jetzt denkt was mache ich freitags ich mache freitags den freitags doch weiter den ich leider auch zwei wochen jetzt abgehackt habe dann wie schon besprochen habe ich den trailer euch schon vorgestellt es wird auch der link unten sein ihr könnt euch ja selbst mal ein bild davon machen und dann zu dem letzten thema das auch mal ein letztes thema hatte ich letztes thema zweimal in dem satz egal wer ist um ja zu meinem letzten thema wie gesagt es wird warface sein was ich um euch da ist zeigen will und so und ob ihr das spiel ob könnt könnt ihr mehr und erkennt kennt am junge es ist abend und ich habe schon wieder so art und penis in dem und hier ob ihr das kennt das spiel kennt ihr meine kommentare schreiben ich kenne ich hab's und es ist ja gratis für die die das nicht wissen und ich werde euch das dann natürlich auch unten alles verlinken wie ihr da teilnehmen könnt aber zudem auch noch wieder ein weiteres video ich hoffe euch hat dieses video gefallen ihr könnt mir einen daumen hoch geben abonnieren oder liken liken abonnieren daumen hoch äh ja ihr könnt auch kommentieren und sorry für meine versprecher das werden nicht mehr vorkommen vielleicht kommt es ja nochmal vor aber vielleicht kommt es auch nicht mehr vor mal schauen ja das war euer poisons bis zum nächsten mal und gut rutsch äh gut rutsch schaltet einfach das nächste mal wieder ein also ne ja ich ja ach